Musik Hallo Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es riecht ein bisschen nach Pisse Ne nach Ja hinter dir wird es schlimmer, kommischerweise Ich möchte, dass du bald zum Arzt gehst Zum Fungiziner Irgendwie habe ich das Gefühl, deine Musch riecht Nach Gammel Nein, nein, das ist, das ist, das kommt aus Blöde Fotze, ey Was willst du, Arschloch? Ja, hallo, liebe Freunde Was ist das? Das ist unser Feld, wenn es fertig ist Da braucht nur noch Erde rein Und dann Ja, war es ganz schön fleißig, Robert Ja, ja Man konnte ja auch tagelang nicht Stachsel spielen, verdammte Scheiße, ey Ja, es war voll doof Ja In die Stadt gelassen Und dann Äh Ne, das stelle ich hier nicht hin Äh So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben, Robert? Naja, eigentlich oben am Dach, ne? Und warum machst du das wieder neue Baustelle? Naja, weil ich gedacht habe, ich mache was offline Weil du dich dann freust, wenn du wiederkommst, blöde Kuh, ey Äh, du, Appestetz Die Frisse, ey Appestetz So! Ich war gerade damit beschäftigt, Zaun zu bauen, glaube ich, beim letzten Mal Zum Ende Wenn mich nicht alles täuscht Den hässlichen, kleinen, niedrigen Holzzaun? Ja, aber den braucht man ja als Vorlage für, ähm, dann den weißen Zaun, ne? Jaja, davon habe ich vorhin noch ganz viel gemacht Und verballert Ja, natürlich Äh, äh? Äh, äh, äh? Hä? Das ist verkehrt Was ist verkehrt? Das geht dich gar nicht Das geht dich gar nichts an, du blöde Fotze, ey Ah, Mann, du Stricher Geil Äh, äh Ach, jo Du bist mir so ein Stück Kacke, echt mal Doch Was ich eigentlich machen möchte Ähm Das weiß ich nicht, Gundula Ähm Was ich machen möchte Warte mal Eins, zwei, drei Zähl lieber nicht Das ist nur ein ganz böses Ende Diese, diese Dinger hier, habe ich die Die habe ich gekauft, ne? Oh, fuck, ich habe kein Geld mehr Gundula, ich würde gerne ein Schwein kaufen Was machst du kaputt? Nichts Ähm Wo ist es? Was macht die Fritze da? Hm, hm, hm Halt die Fresse, du Stricher Was machst du da? Hattest du den Scheißdreck an? Ähm Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, scheiße, acht, neun, zehn Scheiße in der Ritze Gondula Du hast ne durchgehende Ritze Also es ist in deiner kompletten Ritze von vorn bis nach hinten alles voll mit Scheiß ausgeschmiert Fünftünfzehn ist in der Mitte Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, acht T parl Zehn Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Hast du Schwitze in der Ritze? Hm, das sind jetzt halt nicht so Ist auch schon ein falscher Baustell Oder? Ja Ups Hast du Schwitze in der Ritze? du bist wieder nicht ach seit wann hast du geld für dich auch mann ich will doch das dach zu machen was brauchst du ich brauche warte nein jetzt muss ich einer weißen von der schaufel grund warum aus den sand dahin hier so was brauche ich moment 1 dass die strass auf die aufteid bin ich so blöd oder sieg nur so hebt du bitte wenigstens den stein auf da davon brauche ich welche ja das brauche ich halt ne ja aber warte mal vielleicht brauchst du den nicht kaufen ich will nur ich hab da mal ein bisschen zynk gleichmäßigkeit gesorgt sieht scheiße aus die fressen ist noch gut jetzt ist als hier das fenster ein bisschen doof vor dem forsten oder sag ich gar nicht so schlimm du machst sowieso mal alles kaputt was ich gemacht habe verbessert kleinigkeiten aber so symmetrisch wer will schon symmetrie radio gesicht bestimmt so was will ist der seigneur über light blue von irgendwas dann machen wir dem alten sagt mal die freude ist die ja schlinke ist die luft gleich viel besser irgendwas riecht hier bei mir angebrannt jetzt in ich weiß schon mal die 11 das war das letztes letzte aufnahme moment naja so so alles wieder gut ich habe alles gerettet hier hätte schon fast die 112 anrufen können die sind schon unterwegs ne ok wohin hast du sie denn geschickt du hast meine adresse nicht habe ich nicht nein ich habe die zu mir nach hause beordert ich bin aber nicht bei dir du ich sitze nicht mit dir in einem raum und spiel ich bin ja nicht wahnsinnig danke du blöde Hure als Mordewichser als Mordewichser du kannst mich noch mal im Arsch lecken du kannst mich selber mal im Arsch lecken du blöde Fotze ich bin nicht diesen Kackdreck mit dir eigentlich wieder weil du dumm bist dein Gesicht weil du einfach nur fucking dumm bist selber schuld als Generation man es ist Obst im Haus in deiner Muschi hängt Stroh ehrlich in deiner Arsch lecken scheiße und zwar seit Jahren naja hält warm ne äh äh wo sind sie denn die ah gundula ich hab gleich ne Überraschung für dich wenn ich wiederkomme äh kommst du tot wieder klar ich lauf tot durch die Gegend du bist so dumm ich hoffe jeden Morgen dass ich tot aufwache soll ich dir dabei helfen checken geht's ja checken geht's gut Viech hast du schon versorgt ne da ist ein Schneeball ein Chaf ne das ist eine Kuh Muschi hast du schon gemolken hast du die Kuh gemolken keine Ahnung ich hab die Zeit vor ein paar Tagen angehalten woher soll ich das denn noch wissen äh Melkmaschine komm guck mal her ihr feine Muten so gundula ich möchte dir gleich einmal etwas zeigen hat keine Milch da hab ich die schon gemolken keine Milch an die Titten darf ich wenigstens ran so liebe Freunde liebe Zuschauer es gab ja mittlerweile ein paar Updates so bleib stehen jetzt es gab ja ein paar Updates was absolut scheiße war so und ich habe heute so ein bisschen halt ich hab die Zeit angehalten hab ein bisschen gesammelt und was ist passiert ich hatte diese Schmetterlinge die ich hier in meiner Hand hab äh gefunden und konnte sie nicht verkaufen und denk was ist das und klick dann damit so rum ich denk warum was ist das und jetzt geht's nicht willst du mich fick dich verarschen wow warum hab ich immer so ein Pech in diesem Spiel ich bin begeistert komm mal mit bitte Mika komm äh gundula komm mal mit ich zeig dir was bei dem anderen Schmetterling passiert ist ja das nicht wahr hast du deine Tabletten genommen äh ich glaub schon alle? hier guck mal der Typ hier siehst du diesen Typ hier diesen hier diesen Wallen ja der kam aus dem Schmetterling raus ähm aha sprich mal an er spricht nicht so viel und er hat irgendwie ein verzogenes Gesicht klick weiter ja wenn man aus dem Schmetterling kommt dann ist er auch kein Wunder klick weiter äh äh what are these arms legs ähm I me again astounding fantastic astounding erstaunlich astounding ist das Wort wirklich okay astounding fantastic what did you just do ah wir sind das auf Englisch ah but I seem to be getting ahead of myself er war ein Insekt ja genau ähm perhaps if you may pay me a visit bla 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 I must first we consume äh ne wow Maximilian hat heute auch mit mir auf Englisch gesprochen und hat mir halt diesen ähm ähm gesehen hast du das Bild gesehen mit den drei Briefumschlägen bei mir oben in der Ecke ich weiß nicht wie man du hast meine Handy Nummer ganz bestimmt nicht da ist ein Loch in der Deckel übrigens ich hab da diese Briefumschläge oben aber ich weiß nicht wie ich die öffnen soll hier äh wo sind die wo oben dann guck in Whatsapp ja aber das können die Zuschauer nicht sehen ja aber bei mir können sie es sehen das ist neben meiner Uhr drei Nachrichten ich weiß aber nicht wie aber meine Uhr ist gar nichts ich guck die ganze Richtung Uhr ja dann musst du mit den die bleibt aber auch nicht stehen dann musst du bleib das heißt Uhr dann musst du mit den Einwohnern sprechen geh mal zu Maximilian und rede mal mit ihm vielleicht geht das bei dir auch Maximilian mhm ui soll ich mitgehen komm ruhig muss einfach in Richtung Hallo Hund Hallo zweiter Hund bist du wieder ein bisschen breder oder was ey halt selber die Fresse ey deine Haare sehen absolut scheiße aus die anderen haben mir besser gefallen ja bist du hab ich jetzt die anderen und da hab ich versucht diesen ganzen Spacken hier die ganzen Sachen wieder zu geben das was die verloren haben ja glaubst du irgendeiner will irgendwas haben so wo ist denn der hässliche Spacken ey Fortses reicht Highlife ich finde es toll mehr von der Welt zu sehen hier ist er ich habe leider nicht wirklich die Zeit dafür und selbst wenn wüsste ich nicht ob ich jetzt alleine durchstehen könnte ich will den Mann mitnehmen er kommt hier hinter dir erscheint er oder kommt er geh jetzt erscheint er oder kommt er er flieht er erscheint okay und kommt in deiner Fresse rede doch bitte mit ihm warum damit du auch diese Briefumschläge kriegst ich weiß nicht was das damit auf sich hat sie äh sieht so aus als ob jemand neues einziehen möchte stell diesen Briefkasten irgendwo hin und benutze ihn um mein Haus zu bauen sobald es steht siehe sie da äh was ziehen sie am nächsten Tag ein nächsten Tag ein also so jetzt habe ich den Briefkasten okay dann bewein auf aber ich habe ein paar mal ich habe ihn eingesprochen und dann habe ich diese er hat auch mit mir auf Englisch gesprochen irgendwas stimmt doch hier nicht ja deine Wahrnehmung Notiz auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine an mich selbst diese Folge wird Wahrnehmungsstörung heißen oder Thais Wahrnehmungsstörung da du Spasti selber schuld genau der den ich äh sehen wollte wie ist das doch alles deutlich ich weiß gar nicht was da was Spasti as of today the postal service is adding us to their deliveries deliveries das habe ich doch gesagt you need to set up this post ach jetzt verstehe ich das jetzt verstehe ich das auch your mail you could be getting mail already tschüss äh ich bin verkehrt ich muss hier lang ich muss das Ding hinstellen damit ich die Post kriege wir haben einen eigenen Briefkasten aah ich baue mir sowieso ein eigenes Haus so blöde Hure ich habe die Schnauze voll von dir ich weiß auch nicht warum ich überhaupt mit dir noch irgendwas zusammen mache oder überhaupt mit der Rede das ist mir so scheißegal das ist nicht ich höre dich doch jede Nacht wein wenn ich jetzt wisse wo ich das Ding hingestellt habe ne hier Standard Postbox Standard Postbox meine Stelle ich hier vor die Tür so ah hey there Robin hey there congrats on your new Postbox the name's Robin and I'm I'm one of the two designated Postman for your Region um congrats on your view hello I deliver letters I don't write them was I deliver letters I don't write them dear Titerion congratulations your I don't write them not really 200.000 Petals Disturb Distributed at random amongst the village may your share bring you much joy we thank you for your continued patronage patronage ich hab 10 Blütenbladders gekriegt ich auch 10 Blütenbladders äh Kaka Klopapiere wo hast du deinen Briefkasten hingestellt geh dich in den Dreck an oh kommst du jetzt ins Bett ich hab dir nicht mein Briefkasten voll hingestellt aber du dumm bist halt dich fast halt selber die Fresse ich hab die Schnauze voll von dir Bückstück tja eigentlich geh ich nur in Bückstücke rein frag mal live wurde wurde es ist mir doch egal und und fuck ich hab vom Bett eingeschlafen naja ich bin oben auf dem Dach eingeschlafen Mika stinkt w-was? nach Ostereier nein doch nein doch halt die Schnauze hui ja seit wann nimmst du denn den Mika Tag in Schutz? der ist toll das ist der beste ähhh putz sie auf youtube hä ach ja scheiße stimmt hier liegt wieder scheiße rum oh 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 spring nicht über den Zaun du mosch 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 äh 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 nein das zweite Schaf ist da halt die Fresse was ist das denn? wir haben zwei Schafe hier stehen da das erste Schaf von mir B von dem ich damals gesprochen hab da ist das Schaf guck mal guck mal guck mal wo ist das denn da? wo ist das denn da? und ich hab's die ganze Zeit gesagt da steht's doch oh aber ich weiß nicht was das immer ist ganz ehrlich man 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 nichts kriegt's auf die Kälte oh man einmal Milch bitte das gibt's doch nicht wir haben jetzt zwei fucking Schafe ist doch ok ja ja mu ja wer wissen du eigentlich ah die Ussi oh liebe Ussi Ussi krass jetzt Osmos aber dann dürfen wir das andere Schaf gar nicht behalten ne oder ist das respawn weil das Schafsschild jetzt da steht hm ich hab keine Ahnung wenn ich ehrlich bin aber ich würde das Schaf nicht umbringen ne ich auch nicht aber eigentlich ist es ja auch nicht in Ordnung dann ne mhm also weißt du was ich mein mhm weil wir das ja aus Trauer also wenn einer unserer zweieinhalb Zuschauer was dagegen hat soll das in die Kommentare schreiben so wir behalten's trotzdem eben wir hören eh nicht auf euch wir sind uns nämlich scheißegal dazu vor allem Details hat ihr scheißegal ähm Hashtag YouTube Pass mir ist übrigens mal aufgefallen wie oft ich äh immer äh mach wegen dir das kann ich jetzt gar nicht nachmachen ach versteh ich gar nicht dabei bin ich nur ein süßes Kerlchen du? ja du bist ne verdammt fucking linke Bazille ne linke Bazille? ja warum was hab ich denn linkes getan deiner bescheidenen Meinung nach du opala Moment deiner äußerst beschränkten Meinung nach du tust immer so als würdest du all deine Zuschauer mögen und sagst immer oh tai ist voll cool und so und in Wirklichkeit redest du immer nur ganz böse Sachen über mich über dich schon ja Zuschauer ja manchmal mag ich die ähm sollte man mehr Merch kaufen finde ich was welches denn? die Krabustelbären oder wat? die was? deine Krabustelbären was sind Krabustelbären? oh man 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 ey das ist nicht dein Ernst oder? ist ein Kerl? ist ein Kerl und Kathi wenn du diese Folge siehst jetzt fängt sie wieder damit an Erklaim bitte mal was Krabustelbären sind ähm wahrscheinlich googelt sie es vorher und dann gibt sie es oh wir im Braunfels stehen uns ja immer tun wir ja auch ja ja würdet ihr gerne weil wenn du drei stücke in einen Raum steckst dann zicken sie nach zwei Stunden spätestens rum nö Kathi und ich nicht und ziehen sich aus genau ey was? ja ohne Ende oh du bist so blöd ey ja ja ich hab noch im Ohr achso das ist ein Schneeball ich hab doch ein Ei ja was? das ist interessant ich hab sogar zwei Eierstöcke du Affe ey Eierstöcke sind keine Eier du in dem Fall schon wenn ich mal halt die einfach deine Fresse bitte weißt du die Tierfutter hat sie auch keins gekauft die Hunde hungern da hinten ist mir scheißegal ey unglaublich was das für eine Tierquälerin ist ohne Witz wie kann man wieso hab ich diese scheißige angefangen mit dieser scheißige Mann halt der vier deinstallieren Format C Doppelpunkt kriegst dafür ein D-Abo von dir? ja nicht nur von mir von meinem Management wie du immer so schön sagst wenn ich sage dass ich etwas erledige wird mich nichts daran hindern mein Ziel zu erreichen Pfff nur wenig ist schlimmer als unzuverlässig zu sein hm das sagt der der mich immer stundenlang warten lässt weil er einfach nichts geschissen kriegt ja dann sitzt sie mit einem Tränchen im Auge vom Monitor und wartet auf ihr großes Idol hier stinkts nach Arschloch ja dann mach mal zu Gott oh oh du überschreitest gerade eine gewisse Grenze lieber Mika Tech es gibt kein Geruchs enthalten also kann dieser Geruch eigentlich nur von dir oder von deinen Räumlichkeiten Apropos soll ich dir erzählen was hier eben so gestunken hat jetzt sag nicht das ne ich hab was vorher gefangen mir ist Blut auf die Decke gefallen auf meine Wolldecke waaah ich denk warum riecht das hier so kofisch ha 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 blut ah ich hab doch schon die 1-1 gewählt weil ich hab mir große Sorgen gemacht was bist du für ein fucking Lügner ey ich hab mir so große Sorgen um dich gemacht das hätte ich nicht gut heißen können weil weil lieber verbrenne ich in Wirklichkeit als mit dir irgendwas weiter zu spielen ey ah du bist so ein Stück wie sie immer lügt weißt du das macht sie jetzt auch cool und lässig warum sieht denn das Tierfutter anders aus als das Tierfutter vielleicht weil du Hallus hast deine Generation hat gleich Hallus du ich bin deine Generation ach ja ich bin ein paar Tage älter ach das ist Vorder- und Rückseite okay ist das dein Ernst jetzt? was dann? was dann? du hast Vorder- und Rückseite ernsthaft ja bei der Tier ist dir schon mal aufgefallen dass die Tiernahrung vorne und hinten ähm unterschiedlich bedruckt ist ja ja mir nicht wie bitte? ja natürlich mir ist aufgefallen und in ihrem Kopf auch ist mir noch gar nicht aufgefallen mhm der merkt ja alles mein großes Idol oh Gott mir wird's so schlecht von dir ey ja ne das brauche ich nicht wag es nicht so Tierchen sind jetzt wahrscheinlich alle gefüttert du bist weißt du was du bist 1 zu 1 Gundula ey Dreckscharakter Muschipilz weißt du aber selbst die Katte hat gesagt dass die 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 Gundula eine heiße Sau ist hat sie nur gesagt damit du nicht aufhörst mit mir zu spielen ja von wegen weil sie sehen will wie ich dich fertig mache jetzt unterstellst du der der Katte auch noch Unaufrichtigkeit nein ich find das echt ne riesige Schweinerei nein das geht mal gar nicht nein nein sie hat dich doch nur belogen kannst du dich echt nur mit Anwälten und so wehren? das ist eigentlich ganz schön traurig oder? ja gut gegen solche Ase wie dich muss man das tun das gefällt nicht Gundula kann der Sommer kommen du musst was kochen deine Gesicht koche ich bei dir dich setz dich auf den Topf und koch dir den Muschipilz weg dann blubbert er da ab ey und dann haben wir eine grüne Suppe im Topf blaue Suppe du findest das natürlich noch geil ne? geil hab ich endlich mal was zum schlürfen boah 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 google den Scheiß man dann haben wir ein echtes Problem was? ich weiß nie was deine Blue Waffle? boah kochen sie äh chef kocht prinzepfe Blue Waffle oh Gott oh Gott nehmen sie zuerst eine Frau mit einer blauen Scheide und erhitzen sie einen Topf voll mit Wasser mindestens 5 Liter der Kochtopf muss unbedingt sehr groß sein sobald das Wasser über dem Siedepunkt ist Und setzen Sie bitte die gewählte Frau mit der Blue Waffle mit dem blauen Scheidenpilz auf den Kochtopf. Das Genital muss mindestens 10 cm im Topf sein. Kochen Sie bitte kurz für 5 Minuten die Blue Waffle auf. Nun lassen Sie diese 1,5 Stunden köcheln. Ich bin jetzt auf mittlerer Stufe. Koch Mittag. Oh mein Gott. Also ihr dürft davon ausgehen, dass die Videos von mir mit dem Slowcooker nichts damit zu tun haben. Oh fuck ey. Oh Gott. So nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Das Geflechtsorgan soll 10 cm im Topf sein. Ich war nicht der beste Schüler in Biologie. Aber ich habe in meinem Leben schon mal ein bisschen aufgepasst und stelle mir gewisse Dinge schwierig vor. Na das muss halt schön eingetunkt sein. Du musst es ja erstmal ein bisschen aufkochen, dann lässt es ein bisschen durchziehen für 1,5 Stunden. Und dann hast du halt den Sud. Den kannst du dann natürlich auch als Brühe verwenden. Äh, was ist das? Was ist was? Time. Oh. Ja, äh. Ihr kleinen Spannküschinellen, ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ähm, wenn ihr dieses Rezept kochen wollt, dann geht zu eurer Frau. Und fragt sie einfach mal, ob sie ihre Geschlechtsteile 10 cm in einen großen Topf hängen kann. Es geht nicht, wenn sie keine Blue Waffle hat. Ähm, ja man kann aber auch so mal eine Muschi-Supp machen. Ähm. Was? Muss ja nicht unbedingt mit Pilz sein. Manche mögen keine Pilze. Ich habe ein Fossil gefunden. Ja, in deinem... In deinem Bursch? Who knows what you might find if you polish this old... Und ich versuche, ob wir uns wahrscheinlich vielleicht genau in der nächsten Folge haben. Oder möchtest du noch einen bauen? Nein. Ich möchte jetzt gerne diese Aufnahme beenden mit dir. Die Aufnahme, glaube ich. Äh, nein. Also jetzt die... Hm, kann ich ja nicht ins Bett und dann... Och. Ich bin in den Schlafwein. Gott sei Dank, ey. Ich bin jetzt echt waschen. Ich fühle mich so schmutzig, wenn dieses Scheiß hier machen muss. Gut, liebe Freunde, danke für's Zuschauen und... Eure Geschlechtsteile außerhalb von kochenden Töpfen ist besser, glaubt mir. Ähm, joa. Hab euch alle lieb. Ich nicht. Nur ein bisschen. Na gut, ganz. Ist okay. Gut. Dann... Bis dann. Tschüss. Tschüss.